Warum sonst vergießt du Blut, wenn nicht aus purem Vergnügen? Weil sich Männer nicht vor Schwertern fürchten. Sie fürchten Monster. Sie fliehen vor ihnen. Wähle ich ein Dorf, kann ich zehn weitere verschonen. Es gibt Zeiten, da braucht die Welt keinen weiteren Helden. Manchmal braucht sie nur... ...einen Monster. Und du glaubst zu wissen, was es heißt, ein Monster zu sein? Du weißt gar nichts. Aber ich werde es dir zeigen. Ich warte schon seit einer Ewigkeit auf einen Mann deiner Stärke. Was für ein Mann betritt sein eigenes Grab auf der Suche nach Hoffnung? Ein Verzweifelter. Die Türken drohen mein Reich zu zerstören. Sie sind schon ganz nahe. Mit deinen Kräften könnte ich mein Volk retten. Und meine Familie. Deine Rettung... ...liegt in der Dunkelheit. Und all ihrer Macht. Du wirst stark sein wie 100 Männer. Und über die Nacht und all ihre Kreaturen herrschen. Zu welchem Preis? Du weißt gar nichts. Aber ich werde es dir zeigen. Trink. Was geschieht mit dir? Ich habe es gewählt. Aber wieso? Weil sich Männer nicht vor Schwertern fürchten. Er kommt. Sie fürchten Monster. Ich erkenne dich nicht wieder. Nennt ihr das Leben? Nur weil ihr kämpfen könnt? Ihr lebt, weil ich entschieden habe, euch zu retten! Vergiss nie, wer ich bin. ... ... ...